Hallo, heute spielen wir noch mal Freire Jacke, diesmal in der rechten Hand in der oberen Oktafe und die linke Hand spielt vollständige Akkorde mit drei Tönen. Los geht's! Ihr könnt die rechte Hand schon spielen. Ich lege den Daumen von diesem C auf das obere C und spiele mit der rechten Hand 3, 4, 5 3, 4, 5 Ich wechsle auf den vierten Wechsle auf den vierten Die G, C C, E, C Bis dahin könnt ihr es schon. Die linke Hand spielt jetzt Akkorde Nämlich immer den C-Akkord, immer C, E, G in ganzen Noten 1, 2, 3, 4 Wenn es noch nicht genug ist und wer es noch etwas verschönern will, der spielt die Begleitung in der linken Hand Hand mit einem Muster. Unser Muster heißt 1, 2, 3, 4 Also, wir zerlegen den Akkord, spielen den unteren Ton einzeln und den mittleren und den oberen zusammen. 1, 2, 3, 4 Immer so 1, 2, 3, 4 Und die rechte Hand spielt in der oberen Oktafe 1, 2, 3, 4 Für heute sage ich Tschüss, bis zur nächsten Stunde 1, 2, 3, 4